ARD Text im Auftrag von Funk Hast du Marco schon gesehen? Der ist wieder draußen. Willkommensgeschenk. Bist du bereit? Für was? Alles. Was ist mit dir? Nix. Ich bin ein Kondom. Entschuldigung, sind die Kondome gut? Hast du schon einen Job? Der Kleine bleibt bei uns. Ich dachte, ich kann die Welt verändern. Damit er sich ein Stift und ein Blatt Papier nahm. Ja, ja, Marco. Ich hab von die Stadt, immer lieber die Fernbedienung. Sackte mich durch das Leben. Andere hat es nicht ein bisschen mehr zu bieten. Mehr Familienhausanstreben. Jedes Jahr ein bisschen mehr verdient. Mieten preisen sich durch jeden Stick. Denn du willst, wenn der Weg, denn alle gehen... Auf die Freiheit. Black Swan. Wir haben keinen Plan. In uns steckt kein weißer Schwan. Deshalb Black Swan. Wer doch unsere Flügel schwingt. Oh, wenn wir damit nicht fliegen können. Schrei Black Swan. Komm, sieh einmal raus, hör' es. Ist was passiert? Wir waren die Kings hier am Ort. MRA. Die USD